Musik Heihooo Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, wir wurden in der letzten Folge beauftragt, endlich das Amulett der Könige zu erbergen. Und zwar in dem wunderbaren Soloverleys Sankretor. Ja, dann würde ich sagen, wir betreten das Portal in diese wunderbar düstere Einöde. Ja, ist das jetzt die Welt der D3? Ist das Kalthafen oder was ist das jetzt? Wo gehen wir jetzt genau hin? Es sieht ein bisschen aus wie Kalthafen. Also nehme ich jetzt einfach mal der Düsternis, die hier gerade in diesem Ladescreen vorherrscht. Sankretor war während eines so Großteils der... Ich wollte das gerade lesen, ich wollte wissen, was Sankretor ist. Mann, okay, hi, Berli. Alle Leute sind da, finde ich gut. Ihr hättet das Amulett überall in Tamriel verstecken können und das war eure erste Wahl. Damals erschien es wie eine gute Idee. Wunderbar. Warum sind sich die Leute mit den lächerlichsten Ideen ihrer Sache immer am sichersten? Seid still, Tam. Ich mag die. Mann, die sind so sympathisch. Ich will immer alle mitnehmen. Mann. Ich finde einfach, dass wenn alle drei dabei sind, dass da einfach so coole Gespräche dabei rauskommen. Finde ich schön. Ich mag das. Das belebt so ein bisschen die Spielwelt. Warte mal, bevor wir in den Kampf kommen, weil das sieht schon wieder so noch Kampfraum aus, gucke ich mal ins Inventar, ob wir da nicht wieder ausgerüstet sind. Ist alle Rüstungen noch ganz? Ja. Wir könnten mal kurz durchgucken, ob wir was besseres haben. Das sind leichte Rüstungen. Wieso habe ich eine leichte Rüstung ausgewählt? Why? Wieso? Wieso habe ich eine leichte Rüstung drauf? Was soll er? Okay, das ist krass. Die Rüstung ist krass. Ja, die wird auch länger krass bleiben. Ähm, Schultern. Aber das krasseste, okay. Ja, aber das krasseste ist ja geil. Teil hier. Okay, da haben wir über das krasseste. Passt schon. Halt! Wir haben gar nichts ausgerüstet. Das ist dumm. Ausdauerregulation ist geil. Maximales Leben. Ja, Ausdauerregulation wäre geil. Okay, machen. Obwohl Waffen schaden. Gewährt 100% Waffen schaden. Erhöht maximales Leben. Ähm, nee, komm. Schwerteil. Das ist gut. Linke Ringfinger. Ach Gottchen, jetzt muss ich mir das alles durchlösen oder was? Magie Kosten. Ähm, Arkan, was? Okay, das ist Magie-Kerzeug. Ausdauerregulation ist immer geil. Komm, Ausdauerregulation erstmal rauf. Ähm, Magie-Schaden, physische Resistenz ist auch immer geil. Komm, wir haben noch physische Resistenz. So, jetzt sind wir gut aufgerüstet. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen ein Stückchen weiter und gucken mal, was ist wie hier so in Sankretor. Man, die macht. Was bringt euch nach Sankretor, alte Freund? Sucht ihr vielleicht nach einem Amulett? Manni Marco, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Denkt ihr wirklich, dass ich euch aus den Hallen der Qualen kommen lassen würde, wenn ich nicht jeden Schritt von euch überwachen könnte? Ähm, Psy? Wo ist das Amulett der Könige? Mein Meister Molag Bal verlangt danach. Euer Meister? Bitt, ihr würdet das Amulett verwenden, um Molag Bal zu verraten? Na, als ich aufstieg, hättet ihr meine rechte Hand sein können, Tarn. Stattdessen habt ihr euch bei den ignoranten Bastarden eingereiht. Jetzt werdet ihr mit ihnen sterben. Damit werdet ihr nicht davon kommen. Denkt ihr wirklich, ihr könnt einen daedrischen Fürsten betrügen? Mit dem Amulett der Könige ist alles möglich. Nationen werden erzittern und sich vor mir verneigen. Ich werde ein Gott sein. Das Amulett der Könige wird niemals euch gehören. Es wird vom Schutzzauber der Göttlichen beschützt. Ihr meint euren Schutzzauber von Stendal, Gott der gnädigen Nachsicht, Patron der Feiglinge und gesetzestreuen Idioten? Das würde ich nicht im geringsten aufhalten. Das war Manimarko, unser Scharfrichter quasi. Psy geht's wieder gut. Manimarko hat jeden unserer Schritte beobachtet. Wir haben ihn geradewegs zum Amulett geführt. Dann müssen wir das Amulett der Könige als erstes erreichen. Manimarko könnte mächtig genug sein, um Stendals Schutzzauber irgendwann zu durchbrechen. Wenn wir es schnell zu den Schreinen schaffen und Stendals Segen erhalten, können wir den Schutzzauber so durchschreiten, dass der Zauber nicht aufgehoben wird. Manimarko wird uns dann vielleicht eine Weile nicht folgen können. Das wäre sehr wortelhaft. Aber wie kommen wir zu diesen Schreinen? Wir müssen uns auf den Weg zum Innenhof machen. Von dort aus gelangen wir in die Kammern, in denen sich die Schreine befinden. Ja gut, dann auf geht's. In den Innenhof. In die inneren Kammern von Sankretor. Hör keine Angst, Schneelilie. Ich bin ein Rotwardone. Wir sind wie Bergbambus. Viel stärker und biegsamer, als wir erscheinen. Ich finde es zum Torklachen, dass Manimarko so eine riesige Projektion gewählt hat. Ihr versucht offensichtlich etwas zu kompensieren. Ja, bestimmt. Aber wo? Schneelilie? Wo ist Lyris? Schneelilie ist ja Lyris, ne? Wenn wir das richtig verstanden haben. Aber wo ist die? Wo ist sie? Ja gut, sie wird dann schon voll. Ich meine, wahrscheinlich ist sie irgendwo hängen geblieben. So. Das Innere von Sankretor. Was sagt der Innenhof? So, Lyris jetzt hier? Dort hinter diesem Tor befindet sich die Krypta der Helden. Wenn ihr wollt, können wir sie betreten. Aber es ist ein böser Ort, an dem die Toten ruhelos und wütend sind. Ähm, wir müssen da nicht hin. Wir müssen da nicht hin, aber... Ich meine, wenn uns schon die Möglichkeit geben wird, reinzugehen, dann machen wir das doch, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Wow! Okay. Wisst ihr wat? Ich sattel jetzt um. Ja. Ich hab einen Bogen. Für die Leute, die das Display schon von Anfang an verfolgen, die wissen, dass ich... Oh, ich den Bogen auch umkrieg Schaden. Achso, ich hab die Buffs nicht von der Fertigkeitsbaum. Warte mal, ich muss mal kurz wechseln. Den Bär hab ich, ne? Okay, wir verschwenden einfach mal neu, weil ich ihn grad nicht sehe. So, der Bär ist wieder da. Alles klar. So, wir wechseln wieder zum Bogen und versuchen mal ein paar präzise Schüsse auszuführen. Denn ich liebe den Bogen einfach. Mit dem Bogen kann man so stylisch kämpfen und zwar von so einer krassen Entfernung. Seht mal, 11700 fucking Schaden aus der Entfernung. Wir waren nicht mal in Schlagreich. Also, auf keinen Fall in Schlagreich. Nicht mal in Zauberreich weiter waren wir. Das ist einfach nur krass. Von hier aus könnte ich rein theoretisch schießen. Mach ich aber nicht. Oder kann ich von hier aus schießen? Ne, aber hat nicht getriggert. Okay, ich muss wahrscheinlich ein bisschen näher ran. Von hier aus sollte es gehen. Ja, von hier aus kann ich treffen. Krass. Der präzise Schuss ist schon mal so krass. Macht so extrem viel Schaden. Das ist so schön. Ich liebe den Bogen. Der Bogen ist in Elder Scrolls Online so eine richtig stylische Waffe. Oder man kann einfach mal angehen. Siehst du? Bam, 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 bam. Das dauert ein bisschen länger. Dann macht man noch einen präzisen Schuss. Und fasz. Das war's. Easy. Mit dem Bogen kann man so richtig stylisch kämpfen. Ich finde, der Bogen ist mit eine der imposantesten Kampfweisen. Kampfstrategien. Ich finde den Bogen richtig stylisch. Irgendwann kann man ja auch richtig so einen richtig krassen Bogen haben. Da kann man sich fühlen wie Lego. Lass. Spiel bitte nicht einfrieren. Hallo? Mein Spiel ist gefreezt. So, Leute. Hier sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Das Spiel hat sich wirklich gerade aufgegangen. Ich hatte noch nie das Problem mit Elder Scrolls Online, dass sich da irgendwas performance-technisch aufhängt. Oder irgendwas am strugglen ist. Aber ihr seht schon, wir wollen das gar nicht davon unterkriegen leisten. Wir machen hier einfach in der Stelle weiter. Denn das Spiel speiert automatisch. Das ist das gute an Online-Spielen. Online-Zwang hat einen Nutzen, Leute. So, hier haben wir alle Gespenster jetzt eliminiert. Hat das jetzt einen Sinn gehabt, dass wir reingegangen sind? Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ist irgendwo eine Kiste oder so. Die ich nicht angewiesen bin. Also gehen wir einfach mal weiter. Wir wollen die Story entdecken. So, dann öffnen wir mal das Tor und gehen wirklich in die, in die innere, in den inneren Hof, in den inneren Hof von Sankretor. Oder in die inneren Kammern. So, die inneren Kammern von Sankretor. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufnehmen muss, damit ich in eine richtig gute Folge aufsuche. Ich bin ja bis 20 Minuten auf und dann schneide ich. Und ich habe ein paar Minuten rauszuschneiden. Weil ich habe das Spiel noch gestartet. So, ähm, ja. Der Bogen ist echt steilig, aber wir dabei waren gerade, ne? So, ähm. Betrete die inneren Kammer von Sankretor. Jetzt geht's schon wieder nach Postkampfhausen. Nein. Ich bin ja verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt dem Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind. Ihr wisst überhaupt nichts. Jim el-Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Mit dem Amulett in meiner Besitz werde ich Molag Baals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Mit der Zeit wird man den Namen Molag Baal vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Mame Marco. Das glaubst du auch nur du. Ich mein, nein. Auf keinen Fall. Ähm. Finkt ihr was, wenn ich mit dem Bogen draufgehe? Wahrscheinlich schon, ne? Da kann er trotzdem aus der Ferne hergehen. Okay, es gibt, es gibt einen Knopfkoloss. Warte mal. Ich werde einfach mal wechseln und meinen Wehren mal kurz beschwören. Denn der kann uns hier wirklich nützen, ne? Und dann brauchen wir auch ein paar Buffs. Warte mal kurz. Oh, zack. Dann werden wir mal fest. Wo läuft der mir hinterher? Hallo, nein. Das ist prima. Wo läuft der mir hinterher? Ich bin der mit dem wenigsten Hilfe aus unserer Gruppe. Äh, mir läuft der gerade. Jeder kackt hinterher. Okay, wenn ihr wirklich wollt. Kommt der. Okay, es sind gerade so viele da. Dann machen wir mal Flecken zusammen, würde ich sagen. So, kommt der. Ich hab genug Power für euch alle zu sammeln. Kommt da, Leute. Wurmkultnikromant. Wollen wir. Wer ist noch da? So. Mal den Bären aufladen. Ich hab nämlich keinen ewigen Wechsel, sondern einfach einen Wechsel, der deutlich mehr Schaden macht, wie ein normaler Wechsel. Das war mir persönlich liebiger, als dass der Bär immer da ist. Aber ich schwöre ich ihn einfach noch mal, wenn er muss, er ist. Der Knochenknollot bildet sich gerade wirklich ein, dass er eine Chance gegen uns hat. Wollen wir mal. Wir wechseln mal wieder kurz. Dann können wir mal ein paar präzise Schüsse den Knochenknollot abmachen. Kaum wechsel ich zu einer Fairkartwaffe, stürmt auch nicht zu. Ich kann jederzeit wechseln. So ist es nicht. Wollen wir mal kurz. Bleiben wir gut stehen. Das war's mit dem mann Freund. Ich denke, als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. Jetzt mal wieder zum Bogen zurück. Das ist aber sehr schön. Hier wird es zurückgehen. Das ist ein Portal zurück. Das ist ein Portal zurück. Diese haben wir dann... Haben die falsche Quest getriggert. Das hat mir in letzter Zeit immer auch da. Ich will die richtige Quest triggern. Hallo. Dankeschön. Ich hoffe, ich triggern. Dankeschön. Das ist ja nett von dir. Wir sind irgendwo noch rüber, glaube ich. Na ja. Da gehen wir natürlich hin. Ich finde nicht schön. Warum sind hier eigentlich so viele Gräber? Ich meine, es ist ein Ahnengrab. Der Ahnengrab, der... Ich glaube, es war die Drachengarde. Oder war es die Löwengarde? Ingegarde war es aus legendären Schwertkämpfern. Rotwerdunische Schwertkämpfer, selbstverständlich. Es handelt sich hier ja um Sizerhans Erben. Na, Ahnen. Erben ist die andere Richtung von der ganzen Geschichte hier. So, geht weiter in den Augen. Bitte. Einen Moment, meine Freunde. Ich muss mich ausruhen, bevor es weiter geht. Sei. Geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr? Ich schwöre bei den Göttern. Ich werde seinen Kopf abschlagen. Es geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Sizerhans, ein richtig geiles Schwert. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Wir könnten mit Lyris sprechen oder mit Sai Sahan. Ähm, ist das jetzt optional? Können wir mit beiden reden oder... Lyris oder Sai? Sai geht es nicht gut. Mit ihm sollten wir reden. Sai? Kommt ihr wieder in Ordnung, mein alter Freund? Sie sind wie zerbrochenes Glas. Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Nimmt euch einen Augenblick Zeit. Kommt wieder zu atmen. Diese Stimme. Manni Marcos Stimme. Sie verhöhnte mich immer und immer wieder. Über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen. Aber er hat etwas anderes gebrochen. Werde dir alles überstehen, Sai? Ich werde all dies überstehen, meine Freundin. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Wo sollen wir jetzt hin? Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Das sollten wir auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Der Drachengarde. Es war die Drachengarde, nicht die Löwengarde. Die Löwengarde war, glaube ich, eine Erdengarde der... Ähm... War es der Elfer oder von wem war das genau die Erdengarde? Keine Ahnung, von der Rotmutter war es wahrscheinlich die Drachengarde. Alles klar, so. Am Betreter das Grabmal der Drachengarde, das wir auf jeden Fall tun. Ich will schon Ladeskrieg, nein, wir werden gar kein Ladeskrieg, das ist mir sogar viel schöner Ladeskrieg. So, meine, ich bin sicher auf der anderen Seite des Raums. Schnell, wir müssen ein Weg durchgehen. Ich habe eine Überraschung für euch, sei. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpisch darauf euch zu sehen. Schon wieder entehrt der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Ich habe nicht den Wunsch, die Leichen meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verstümmeln. Aber wir müssen den Schrein weihen. Das müssen wir auf jeden Fall... Aber, ob wir den Schrein weihen oder nicht... Das erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge von The Elder Scrolls Online. Alle zwei Tage gibt es immer eine neue Folge. Ihr solltet das mittlerweile mitbekommen haben, meine lieben Freunde. So, dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall eine klitzende Bewertung da und schreibt ein nettes Kommentar. Wenn ihr Kritik, Anmerkungen, liebe Bohnen, Zweiter Habt, da bin ich mir auf jeden Fall immer fertig. Alles offen. Also alles und reinballern einfach. Ihr wisst, wie läuft. Rayon sagt tschau, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020